Yo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start. Wir haben Freitag. Es ist ein wunderschöner Tag. Bei uns regnet das. Hey, regnet immer in Deutschland. Und ja, heute kommt noch ein kleines Infovideo, Leute. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gelesen habt, haben wir einen neuen Teamspeak-Server. Und es wird sich noch was um CSGO drehen. Ich kann mal den Teamspeak-Server hier eben reinzwitchen. So sieht er aus, Leute. Hier, wenn ihr Bock habt, wir haben jetzt, ich glaube, unten stand immer die alte IP, jetzt mal eine neue. Die neue IP ist jetzt hier mucka.xs3.org. Wenn ihr Bock habt zu zocken, kommt vorbei. Ihr könnt auch Freunde einladen, ihr könnt auch mit Freunden draufchillen. Ist natürlich, jeder kennt das, zusammen macht mehr Bock als alleine, wa? Was haben wir denn hier, Leute? Wir haben, wenn ihr auf dem Server seid, schreibt einfach Moderator an. Das sind die blauen Muckis. Also wir haben gelbe, grüne, blau und schwarze. Und die weißen. Die weißen sind die Gäste. Wollt ihr nicht, holt euch die gelben auf jeden Fall. Wenn ihr Sub seid, könnt ihr euch die grünen holen. Also Sub auf Twitch natürlich. Wenn ihr gelbe seid, könnt ihr hier unten einfach temporäre Channels machen. Dann euch hier oben die Leute auf den Sack gehen. Sonst, wie heute auch, wir sind eigentlich mal oben in den Community-Channels. Dann könnt ihr zocken. Wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt zwei Uhr, drei Uhr haben wir. Deswegen sind auch recht wenige da. Wenn ihr Sub seid, ne, ich schreibe auch einen Mod an, dann kriegt ihr das grüne Zeichen. Plus, ihr könnt euch sogar einen Channel erstellen, der durchgehend dann auf dem Server ist. Heißt also, wenn ihr Kollegen ranholt, können die sich da immer versammeln oder so. Wenn ihr oben keinen Bock auf die Leute habt. Linux ist da. Nice. Mit dem zocke ich gleich vielleicht eine Runde ab. Oder ich glaube, ich stream gleich einfach CSGO. Kommen wir nämlich auch zum zweiten Thema. Ist nämlich eine gute Überleitung. Wir werden dieses Wochenende sehr viel CSGO spielen. Ich werde Sonntag nicht streamen. Da werde ich keine Zeit haben. Freitag, Samstag, Freitag fange ich jetzt wahrscheinlich gleich sogar schon an. Gegen 16 Uhr, Samstag ab 18 Uhr. Oder 17 Uhr vielleicht auf World of Nerds. Mal gucken. CSGO. Ganz wichtiges Thema. Ich habe mir überlegt, ich werde mir jetzt einen Server holen. Wahrscheinlich morgen, wenn es klappt. Ich hoffe, dass es bis morgen klappt. Ein 5 gegen 5 Server mit ESL-Regeln. Das heißt also, offizielle Regeln mit Knife und allem. Und dann können wir im Stream Zuschauer-Games machen. Oder Sub-Games. Oder wir können sogar andere Streamer vielleicht herausfordern. Ich habe mal schon gesprochen. Raziel, Papa Platte. Ich denke, Bibernato hätte auch nichts dagegen, wenn wir dann so ein Sub-Game machen. Also das heißt, ich und die Zuschauer. Vier Zuschauer oder Subs. Sagen wir vier Subs. Und Bibernato und vier Subs. Damit das so ein bisschen gerecht ist, wisst ihr. Dass wir dann gegeneinander zocken. Wäre geil, wäre geil. Also wir hätten, denke ich, auf jeden Fall Bock. Wenn ihr Bock habt, Leute. Seid dabei. Holt euch CSGO. 12 Euro. Kostet nicht. Rank ist dann egal. Wir spielen uns Spaß. Und wenn wir, denke ich, mit der Community zocken. Also wenn wir dann Zuschauer-Games machen. Dann werden wir mal gucken, dass wir so die Ranks ein bisschen aufteilen. Weil man sieht ja, glaube ich, die Ranks in der... Ach nee, man sieht ja gar nicht in der Lobby so, ne? Wir sind ja dann nicht in der Lobby. Wir connecten gleich auf uns. Aber wir werden das so aufteilen. Also wir werden dann die Leute ins Team-Speak wahrscheinlich holen. Wir werden uns zwei Gruppen bilden. So fünf gegen fünf. Und dann wird schon geil. Wird schon geil. Also ich bin da hoch erfreut. Sonst spielen wir sehr viel ARC, Leute. Wir spielen sehr viel ARC wieder in letzter Zeit. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Nachts kann man dann ein bisschen auf dem Team-Speak gammeln. Und wir zocken ARC. Macht Bock. Schönes Spiel. Ist dann ein bisschen laggy, aber schönes Spiel. Ja, Leute. Für die, die wir uns nicht mehr sehen. Für die, die wir nicht mehr sehen. Am Wochenende. Haut rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Feiert schön. Lasst es krachen. Nagelt, was das Zeug hält. Haltet die Ohren steif. Und für die, die wir im Stream sehen, Leute. Bis nachher. Holt euch CSGO. Zockt mit uns, Mann. Das ist wichtig, Mann. Wir wollen mit euch zocken. Deswegen haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.